Hallo liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einer neuen Folge Fanbox News, das Format, was euch kurz und knapp darüber informiert, wenn ein Künstler ein neues Album released. Ja meine lieben Freunde, heute ist es endlich soweit, viele von euch haben lange und bestimmt auch sehnsüchtig auf dieses Album gewartet, nun ist es endlich soweit, Apache 207 hatte bereits vor wenigen Tagen sein Debütalbum Treppenhaus angekündigt und seit heute gibt es das Ganze vorzubestellen, das Album Treppenhaus erscheint am 31.07. diesen Jahres und zum Album gibt es natürlich auch eine Fanbox, die Fanbox gibt es allerdings nicht auf Amazon zu kaufen oder beim Mediamarkt oder Saturn oder irgendwo anders, sondern die Box gibt es nur auf der offiziellen Apache 207 Shop Seite zu kaufen, den Shop habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, die Box kostet 45 Euro und zu den 45 Euro kommen nochmal 4,90 Euro Versand, also seid ihr bei knapp 50 Euro für die Box. Das Album, ob es das einzelne zu kaufen gibt, kann ich euch leider nicht sagen, ich habe es zumindest jetzt noch nicht irgendwie bei Amazon oder so gefunden, also es kann sein, dass es das Album nur in der Box gibt, auf jeden Fall den MP3 Download zum Album gibt es schon auf Amazon, den verlinke ich euch natürlich auch hier unten in der Videobeschreibung. An dieser Stelle gehen natürlich schöne Grüße wieder raus an Danny von Instagram, vielen Dank wieder Bruder für deine Info zur Box, denn Danny hat mich wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Box ja ab heute vorbestellbar ist. Ich muss sagen, war vorhin ganz schönes Chaos auf der Seite, ich war vorhin Punkt 18 Uhr auf der Apache 207 Shop Seite und da ging es wirklich, ja, wie soll ich sagen, drunter und drüber. Es hat wirklich ewig gedauert, bis ich erstmal eine Box in den Einkaufswagen legen konnte, also ich denke mal eine halbe Stunde hat das geladen und dann nochmal eine Viertelstunde, bis ich das Ganze, ja, den Kauf abschließen konnte, also die Seite war wirklich extrem krass überlastet, also da haben wirklich viele Leute sich eine Box vorbestellt. Wie viele Boxen es gibt, kann ich euch leider auch nicht sagen, deswegen, Freunde, wenn ihr noch eine Box haben wollt, dann geht auf die Shop Seite, wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung und gönnt euch die Box, solange es noch eine gibt. Ja, von mir wird es auf jeden Fall dann am 31.07. das Unboxing dazugeben, freut euch schon mal drauf und ansonsten, liebe Freunde, war es das soweit. Ich bedanke mich für euer Zusehen und wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.